Die Marke Schildkröth gibt es seit 1896. Das ist die älteste Puppenmanufaktur, die es gibt. Wir haben versucht, die Tradition mit der Moderne zu verbinden. Wir wollen einerseits traditionell sein und andererseits dem neuen Zeitgeist entsprechen. Kann man das an der Puppe jetzt speziell erkennen? Ja, das ist unsere Prinzessin. Wir haben bei jeder Puppe Accessoires dabei. Das ist für die Kinder sehr wichtig. Die ganzen Accessoires von uns sind nicht zugekauft, sondern gebrandet mit Schildkröth-Design. Wir machen unsere Formen selber. Wir legen sehr viel Wert auf Qualität, auf Materialien, die lebensmittelecht sind. Und auch die Kleidung ist alles geprüft, standardisiert, zertifiziert. Und wir wollen der Qualität, für die Schildkröth steht seit 1896, der wollen wir weiterhin entsprechen. MÜZIEK